Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Frag-mich-Fragen-Frage-Folge. Ja, ich glaube, wir brauchen noch gar kein Intro machen. Wie man das genau macht, frage ich mal eben Kevin. Und jetzt habe ich folgende Idee. Ich mache jetzt mal folgendes. Ich rufe mal Kevin an. In so einer Folge. Mit meinem Autotelefon. Nur bei stehendem Fahrzeug. Das Fahrzeug steht. Pass auf jetzt, Kevin. Ich habe nämlich mal eine Frage. Oh, der Mofa-Typ ist cool. Der fährt darüber. Hey, Kevin! Ich habe eine Frage. Ich nehme diese Frage auch auf. Vielleicht können wir da draußen eine YouTube-Folge machen. Wie machen wir das mit diesen FAQs? Die haben ja gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen kann, wo ich Fragen beantworte. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, die Fragen schreibst du dir auf auf YouTube, die sie dir gefragt haben. Ja, aber die haben ja noch keine Fragen gefragt. Ja, dann musst du erst mal ein Video machen, wo du nach Fragen fragst. Also, das heißt, ich würde jetzt, weil ich das ja auch filme, wie wir beide telefonieren, einfach da draußen ein Video machen, wo wir danach Fragen fragen, was Fahrsteller für Fragen haben. Äh, nicht ganz. Also, ich würde sagen, dass du aufnimmst ein Video, ein ganz normales Video. Ja. Und in dem Video sagst, dass die Leute jetzt Fragen stellen sollen in den Kommentaren. Okay, kann ich das nicht mit... Und diese Fragen sind zum Beispiel FAQ. Ja, kann ich das nicht in dieser Folge machen, die ich gerade jetzt hier gerade sowieso aufnehme? Das kannst du machen. Ja. Dann musst du dann halt einfach fragen. Dann mache ich das doch. Dann sage ich... Genau, und die Fragen werde ich dann rausnehmen und einfügen, so im Video, weißt du? So, dass es schön aussieht. Ah, nice. Also, dann machen wir das. Dann würde ich sagen, in dieser Folge, die dann die Leute ja jetzt gerade sehen, können die Leute Fragen stellen. Gut. Genau. Und diese Fragen beantworten wir dann in einer anderen Folge. Safe. Genau. Im FAQ. Dann ist das eine Frag-deine-Fragen-Frage-Folge. Gut. Ja, dann haben wir das auch schon safe. Korrekt, das war's schon. Kevin, ich bringe dir direkt jetzt die Karten, oder? Bist du noch da? Ja. Ja, ich bin da. Ja, dann bin ich in fünf Minuten da. Alles klar. Korrekt, bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Ciao. Bup. Ja, Freunde, habt ihr gesehen? So schnell kann es gehen. Dann haben wir jetzt hiermit eine Folge, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Zum Beispiel, welche Sockengröße ich habe, oder was ihr sonst noch so wissen wollt. Fragt einfach die Fragen, und wir machen dann eine neue Folge, in der ich die Fragen vorlese, und dann die Fragen beantworte. That's it? Okay. Dann passt auf euch auf. Wir sehen uns. Tschüss.